Ohr-Akupunktur-Nadeln, also Pflaster mit einer Mini-Nadel, um die festen Punkte zu triggern. Ich würde jetzt mal sagen zwei Millimeter oder so. Aber man merkt es eigentlich erstaunlich. Wir können irgendwie mehrere Tage bleiben, wurde mir gesagt, und mal gucken, ob es was bringt. Es piekst ein bisschen bei Bewegung, aber es ist okay, man gewöhnt sich auch dran. Ich habe eine ganz gute Grundlage im Training gelegt, viel im Sprung- und Sprintbereich gearbeitet. Und ich würde sagen, für die Jahreszeit schon intensive, schnelle Einheiten gemacht, was sich so ein bisschen unterscheidet von den anderen Jahren. Also hatten schon auf die Spikes an, haben schon mal das Maßband rangehalten, genau. Ich motiviere mich halt über Ziele. Und man hat ja für jede Saison, sag ich mal, irgendwie ein Ziel, was man erreichen möchte. Und darüber kann man sich dann schon sehr gut motivieren und die Konzentration auch dementsprechend hochhalten. Mein Anlauf ist knapp 37 Meter lang. Regelmäßig. Wie oft kann ich gar nicht sagen, aber man fragt sich schon manchmal, warum macht man das überhaupt? Aber beim Dreifelsprung macht mir einfach Spaß und das ist irgendwie auch die Antwort. Mega entspannt, wirklich. Also es ist so die perfekte Mischung aus Ernst und Spaß. Also man kann mit ihr auch voll gut über Alltagsdinge quatschen. Oh, alles mögliche. Jungs, das gute Essen und so. Alles. Bis zum nächsten Mal.